gestern noch gesagt ich lade immer aber ich habe ich muss oder ich lade videos hoch zum thema fec bei andauernd nach fec gefragt wird startes live stream fec 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 ok anscheinend muss ich noch mehr videos hochladen was mache ich dann im home office nichts tauli du siehst es gerade ich arbeite gerade haben sie etwas kleingeld leider nicht guter man aber hier ist ein schlüssel für einen neuen lamborghini huracan mit 350 ps er wird zwar ihren hunger nicht stellen aber vielleicht hilft ihnen ja doch irgendwie weiter er steht dort drüben schönen tag noch und selber fleift es fleift bisschen fleifen und das handtuch nicht vergessen und vergesst nicht kinder wenn ihr den ganzen tag fleift sagt und arschwasser habt vergesst euer handtuch nicht da muss ich glaube ich noch ein bisschen was nachlegen big bro kostet shit is as i'm sorry to tell you brother that shit is as es geht um die ip wenn es dieselbe ip ist dann droppt brit nix mehr nur beim ersten mal ach das geht nur für larrys für e-sportler gelten solche regeln nicht das weiß doch jeder wir e-sportler sind von solchen jämmerlichen regeln geschützt das wurde im e-sport vertrag von 1864 so festgehalten du hast eine axe gedroppt heute redmeteo axe gedroppt wie viele runs hast du zwei willst mich eigentlich verarschen ich habe mehr runs letzten dienstag gemacht als du in deinem ganzen leben how the fuck hast du eine axe gedroppt no front by the way no front hoffentlich geht fly of the universe down und du wirst arbeitslos aber das ist nicht meine arbeit zehn ich muss weniger damage machen sieben na gut so schnell hat keiner reagieren können außerdem haben wir ja noch zwei redmeteos na du twitter warrior was poppin karis karis mekaris joine uns auch karis an der flyff front immer flyff kommentieren unter jedem tweet den du siehst schließ dich uns an verbreite die botschaft du promotest keine schlechten spiele dreckiger hater würdest dich wirklich umbringen einmal am tag zu tweeten hey yo leute spielt flyff und used creator code style wenn ihr schon dabei seid würde ich das wirklich umbringen i don't think so die leavers wir haben noch ein redmeteo übrig was springt für dich dabei raus karis wie ja wie nichts mehr leute die flyff spielen mehr leute die flyff spielen wie sollte für dich was dabei rausspringen das ist du musst es so sehen jeden tag eine gute tat das ist deine gute tat das ist deine gute tat da kannst du sagen ich karis mekaris habe heute eine gute tat vollbracht